Prozent mach mal weiter so was was macht man denn als nächstes du bist oder dran also ich werfe Happy Green Hills Happy Green Hills von dem Ersteller selbst findest du das nicht etwas ein ja okay fangen wir an schon dieselbe Person ne also ich hab den Sack mit dem Tommy okay Tommy und Harald was auch immer ich nenne den Typen jetzt Harald und das Kind ist Tommy nein komm schon komm schon ich brauche endlich einen Punkt sonst geht das noch schlimm aus sonst werde ich das Video überhaupt nicht hochladen ein Spaß ja ich bin du bist tot oder hast es geschafft ich bin tot in die Schnauze gut finde ich hier noch ich bin dran das sind keine Zahnräder das sind Wasserräder die Jugend von heute Oster jetzt machen wir die Jugend ich bin zu größer als du das Alter hat nichts mit der Größe zu tun ich bin 16 du bist nur 12 oder ich bin 15 echt du bist 15 ja okay am Arsch bist du gar nicht ich bin 15 ich bin 15 doch seit wann ja okay ich weiß schon noch ich hab's doch gewusst ey ich dachte jetzt schon ich hätte einen Gebutzer oder so verpasst okay ich hab's ich hab's und du dasteigene COMZUZEIN boah, ey, der Meiner zuckt hier noch mit seinen Armen ey er danzt vollab mit seiner Hand er danzt mit seiner Hand ich schaue mir so lange mal mein weil wir nur auf dem demo spielen kann ich ich kann meinen mein 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 replay noch mal angucken das ist langweilig schneller schneller da habe ich mich auszusehen verdrückt und ganz kurz die aufnahme gestoppt wir sind jetzt wieder da ich habe auszusehen auf das spiel okay ich habe auszusehen auf ein knopf gedrückt oder auf ein link gedrückt was mich zum nächsten spiel führt ich war jetzt einfach noch mal warum ich so nur auf einen link ja ich bin auch zu sehen auf dieses zufalls rennspiel oder zufalls spiel was da oben in der ecke was die zuschauer jetzt leider nicht sehen können weil das einfach total interessant alles alles zufallen ja ach nein 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 komm kommt auch wieder auf der rechten Hölle hast du schon geschafft wer ist denn so schlecht und weiß nicht wer es ist oder was auch immer du bist schlecht Ende nein komm schon Alter das ist ein Scheiß ein Scheißspiel war kack er bei den ersten Großbrüllen welchen großen Sprung nach den komischen nach den Zahnrädern über die Schluch ja dann habe ich auch gleich zu Anfang geschafft hab ich nicht gepackt Pech wenn es zu lange dauert hast du verloren ist die Kaffee, ich bin immer noch 12 heute noch noch aber wie viel machen wir Schluss wenn einer drei Punkte hat nein machen wir Schluss wenn einer oh ich habe den zweiten Sprung habe ich jetzt nicht gepackt der ist so mini so mini der ist so mini wie dein Penis ne er hatte da noch im internet Penis gesagt töte ihn ja nein nicht sterben du hast nicht gesagt nicht ich ja das sollte eine Hass Predigt gegen mich selbst sein weißt ja ich würde sagen mach mal so bis äh drei ja ja okay ist zwar etwas knapp für dich ich habe gewonnen du hast schon verloren nein du schaffst ja nicht mehr den Sprung ne dann bist du ich habe es gepackt oder eben ja und wie welche Zeit wenn du es geschafft hast sage ich nicht mehr komm schon fahr schneller wie habe ich ihn genannt Herbert ne nein jetzt packe ich den Sprung auch nicht mehr ne Harald nenne ich ihn Harald habe ich ihn genannt genau Harald und Tommi so komm jetzt drei drei Fahrstoff ja komm schon komm schon komm schon dann nick damit nein oh ich schaff den scheiß Sprung nicht mehr ey du bist schuld ne eigentlich bin ich schuld ich hatte ja schon ne Zeit aber ich weiß ich willst du vielleicht noch irgendwelche nächsten Ankündigen jetzt ziemlich am Ende jetzt beim Spiel hä willst du vielleicht noch irgendwelche Projekte erzählen wo du das machen mach machen willst welche Projekte denn woher weißt du von den Projekten ich wir müssen dich töten lassen du weißt zu viel ich weiß zu wenig von dir auf was welche Projekte ich hab auch echt keine Ahnung von was du redest ich weiß es nicht wir könnten doch Minecraft together mal machen auf ja irgendwann 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 in ferner oder naher Zukunft mal gucken ich fang nämlich wenn dein PC und meine Wände da hat er seinen Arm verloren aber die der Mut bleibt komm schon komm schon komm W- ok komm wir spielen auch einen dann hast du einen NEIN das ist schon dämütig genug ok Komm, ich spiele noch das Rope Swings. Rope Swings? Da bin ich immer gut. Okay, einen Ehrenpunkt bringe ich noch. Einen Ehrenpunkt für... Einen Ehrenpunkt. Ja, direkt. Verdammt. Machst du das? Ja. Nee, auch nicht. Verdammt. Da ist er da, hängt er in den... Spikes. Okay, hab's gepackt. Die Zuschauer wissen jetzt, wie ich's gemacht hab. Nee, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Was dann? Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Philipp es geschafft hat. Nach den tausendsten Versuchen oder so. So, wir sind zurück. Der Philipp hat's jetzt endlich geschafft. Ähm, und ja. Was ist deine Zeit? 32,40. Nur? Ähm, ich... ... sage, ich hab mal gewonnen. Ich hab die... Ich hab die... ... eine Zeit von... ... 9,13. T... 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 Mein Ehrenpunkt. Warte, 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 warte. Nö, nö, du hast verloren. Du... du hast das erste Mal geschafft und dann hast du verloren. Tja. Hör dich doch verarschen, die Backen. Nö. Das siehste dann schon, wenn ich's hochgeladen hab. Hm, ich würd sagen, wir beenden das dann hier. 4 zu... äh, 3 zu 1. Du hast trotzdem gewonnen. Ich hab meinen Ehrenpunkt. Wir sind beide zufrieden. Und, äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja. Höhöhöhöhöh. Nö, ich würd nur noch gern... Dankeschön. Aufs nächste Mal. Vielleicht, vielleicht machen wir da so ne Reihe draus. Hm. Der Franke zockt. Beefed. Philipp. Ha. Okay. Äh, wir beenden das hier. Äh. Ja. Es ist viel zu spät. Wir müssen jetzt ins Bett. Der Philipp vorher als ich, weil... Ja, ist ein Kind. Äh, ich muss jetzt auch ins Bett. Basti, Basti, Basti. Ist schon 10, ist schon 10 Uhr, du musst jetzt ins Bett. Es ist fast... Es ist fei... Es ist fast 12 Uhr Nacht. Du bist gar nicht. Ich weil... Äh, ja, wollen wir noch irgendwas sagen? Nein, ja, nein. Ja. Äh, ich nicht. Also, ich auch nicht. Ähm, wir beenden das also hier und dann, äh, sag ich tschüss und tschau. Der Franke zockt und... Na, Teuk. Ja. Ach, der, der Link steht unten in der Videokusschreibung von ihm. Ja. Da könnt ihr dann den Namen sehen. Okay, tschüss.